los jetzt hoch da echt jetzt soll der scheiß noch nie ja f*** dich ganz im ernst ja alles klar wieder super stark ja natürlich gar ja was ich komme doch hier runter echt jetzt die dreckskugel kann auch zu mir kommen ja was wir hier draufstehen lässt sie mich in ruhe oder ist klar doch kommt die nächste uhr ja ja cheating blablabla mich ist ein mist viel ja 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 elektro fehlt noch super dafür dass ich da rein soll ja ist klar ja geil klar stehst dahinter und trotzdem töte dich das ding sicherlich ja wind ist gegen wind im uhr nach ich ja nur mit der schaden machen ja macht super spaß ganz ernst ja ich nicht dann nicht ja 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 das ist Geh! Oldum, das geht in dem Kampf. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ein Scheiß. Der ist nur 2 Level, weißt du. So ein Dreck. Boah, steht man hier noch eine Woche. Ein Dauergegner. Echt toll. Das macht so keinen Spaß. Jetzt muss ich die hier wieder ändern. Ich soll es da nicht reinkommen. Voll geil. Meine Fresse. Blablabla. Blablabla. Ja, Truppenstufe 18 ist klar. Ja, mach doch. Habt ihr direkt am Anfang steht nicht die Kister. Oh my God. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, kletter nur nicht hoch. Das war's für heute. 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 Ja, ist klar. Ja, Alter, lauf doch in die Richtung, in die sie soll. Ah, mit seinem Schild, null Chance, oh. Das ist eine Scheiße, da. Ich bin immer so tot. we're done gathering now it's hard it's too early to relax we're still not done with storm schau ich mir erst mal den scheiß teleporter Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. da hinten ist ne Schatzkiste Teleporter haben wir jetzt das ist schon mal gut ach du scheiße oh nein ja ne voll nur die Schatzkiste oh ja schnell teleportieren irgendwohin das war aber knapp und eigentlich will ich zu so nem so nem Ding hier werden wenigstens alle wiedergelebt na guck mal da stehen reicht schon das ist ja einfach komm mal rein oh ja wir haben ein so so also hier müssen wir noch ein dann bekommen wir eine Belohnung was ist das hier knasper das Recht mal gucken weil das so einfach schaffen wo ist denn das da unten ach du was möchte das Teil denn von uns indem du berühre uns ach du scheiße oh Gott geil hat mich fast selber getötet noch mehr jetzt geht's aber ab oh nee ja ich muss den da mhm wenn ich des kinders ja sehe ich sie oh ja macht doch was ist ja nicht wohl ihr scheiß ernst wollte es ja auf ihn anzugreifen man echt jetzt mal im ernst ja tot wenn wunderschöne zuhre ja nur nicht ausweichen warum auch jetzt ist immer die Güte die auch anzugreifen also mal im ernst was soll denn das ja Gott komm fick dich echt ja mhm klar ja mit dem Bogen komm ich auch nicht am Schild vorbei weil warum auch ja sie sind nicht mann was soll man was soll man ja ist klar meine fresse da super hat es voll gebracht scheiß dreck da es war genau die selbe scheiße also so ein schreien ja super so ja die werde ich sowas überhaupt nicht machen wir müssen ernst davon können hier springen sind schwimmen oder stehen teleporter und dann irgendwie hier so rum das ding ist ganz schön weit weg so wenn wir mal machen und zwar schließlich haus war ja nein das wollen wir nicht noch hier grau zu drehen was ja was denn das hä waren wir da nicht eben aha ja dann gehen wir jetzt da hin verfolgen so was ist denn das da 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 irgendwo also da ist dieser strand direkt hinter dem strand da müsste auch irgendwo der teleportationspunkt sein aber wo ist der rechts jetzt oder links aber noch sieht das gut aus ist weiter unten ein champion ein champion da unten ist er so den haben wir uns mal gesnackt so und dann müssen wir jetzt zu dem da so ist das jetzt da hinten oh hm hm wenn hier schon eine schatzkiste ist ne 3 3 nicht Das Flüssprinz nicht so. Hä? Möhre. Hä? Da fehlt irgendwie einer. Aber wo ist der? Und da sitzt wer? Ah, da unten. Oh, was ist das denn? Ja, ist ja gut. Nimm mal die da. Ist das nicht dieser Verbrecher, Junge? Latterwurst her am Arsch. Ha, 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 ha. So, Schatzkiss einsammeln. So. Also. Das Ding ist... ...irgendwo... ...da so. Komm, man darf es mir da haben. Du musst noch... ...da drüben. Oh, da steht einfach so eine Kiste. Was ist denn das für Dinger? Da kriege ich ja im Leben nicht kaputt. Nimm mal den da. Nur vom Sagen der Attacke wird es auch nicht besser. Oh Gott, ist das Zeug stabil. Aber bestimmt ein bisschen bessere Materialien draus machen. Ja, stand einfach so rum. Habe ich auch gesehen. So. Hm, will ich jetzt hochkommen? Eins, zwei... ...drei... ...oh Gott. Vier. Oh. Oh. Oh, gerade so. Da ist schon wieder so ein Ding. So. Ist das an der Wand, oder? Oh ja, super. Hier wieder irgend so ein Rätsel. Wird ich bestimmt... ...weil da. Ich bin fast in den Gegner reingesprungen. Also... ...da muss rein. Ja. Hier. Ein bisschen E. ...ein bisschen einsammeln. So. Ja, super. Das hat ja geil geklappt. Ja, jetzt bin ich da, wo ich eben drauf war. Oh, super. Was zum... ...da. Oh, da hinten. Man muss nur aufpassen, diese Gegner hier sind ganz schön stark. 24, so eine Scheiße. 18, oh Gott, warum liegen die hier so rum? Stimmt nicht mit denen. Oh, Eisenbocker. Da lag noch Eisenbocker. Ja, gehst du jetzt mal da hin, Mensch. Freize. Viel besser, dass man Aufgaben bekommt, die man auch gar nicht machen kann. So. So. Wir müssen nach... ...da. Währenddessen... ...holen wir uns auch den Tempel da oben. Vielleicht bekommen wir den Teleportpunkt einfach so. mal sehen ah, da ist schon wieder so ein Geist der muss doch bestimmt wieder da in dieser Fläche und da ist noch einer so ja, geh doch mal ja, komm, geh da gehst du jetzt wohl also eins ne, eins habe ich gesagt bin ich das genossen also einen haben wir befreit das ist schon mal gut und der hier geht mir gewaltig auf den Senkel soweit wie sie ihn da rumschlägt ich gleich drüben meine anderen so also einen haben wir ein, ja, mein Schiss da hindrehen das machen ja krass, den kann ich nicht aktivieren so den da haben wir der fliegt hier einfach rum und will nicht ah zwei und vier oder ist noch einer ja ja, einfach an der Wand stecken super ja, sieh mal so frei naja, hör mal auf seine Weile rumzuklettern kann ja aber nicht mal sein so, da glänzt schon wieder was was ist es nöhn nöhn ach ja, scheiß ach, die Wundern okay cool so, hier sind Bären da hinten ist auch eine Kiste ja, die stehen hier echt einfach überall rum oh, da ist noch so Mänze ja neues Mänze, der sagt los was was ist hin ah, ich wollte mich das vier einfach angreifen aus was bitte das ist schon ein komisches Ding boah, alter, jetzt geh doch mal drauf äh, nein oh, lass mich runter jetzt hier so, vier äh also drei da ist ja nun gar keiner hä, gibt doch gar keinen Sinn oh oder ist es doch einer von denen da aber aber der ist doch kein so ein Geist Drei frostbite cool ready dodge this time to fight back wir haben auch eine Snails gleich schon wieder tot alter, wo kam der denn jetzt her hä, wo soll denn ja, aber hä, wo ist denn der vierte ich verstehe es nicht ich habe doch hier alles besiegt so wie soll nichts was aus wie eine Statue das sind nur wieder Eisen und das gibt nur mir Schaden was, ähm wo ist denn dieser vierte machen wir weiter rum gucken aber ich habe doch jetzt hier alle hier ist auch keine andere Statue mehr hier ist auch keine andere Statue mehr seltsam da ist zum Beispiel da ist zum Beispiel erstmal eine Kiste voll geil oh 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 ah cool vielen Dank Ah, ja. Ah. Ich werde auch mal aufzuklettern. Ah, cool. Ah, cool.